Wir machen einen Riesenwirbel, es gibt die Breaking News. Heute haben wir was ganz, ganz, ganz Besonderes, einer der besten Artikel dieser Saison. Wir haben einen Handwärmer, der gleichzeitig eine Powerbank ist. Die Rebecca zeigt Ihnen das gleich, aber ich finde den Preis Wahnsinn, 5 Euro. Das ist genial, weil es ein absolutes Muss ist, das ist das Muss-Produkt, um schön durch den Winter zu kommen, denn wissen Sie, was mich am meisten nervt am Winter, das sind die kalten Temperaturen und vor allem die Fingerle. Die Finger, die werden immer so schnell kalt, wenn du unterwegs bist und es ist so herrlich, stellen Sie sich mal vor, sie fassen in ihre Jackentaschen und die sind warm und zwar richtig dolle warm und ihre Finger, die werden erst gar nicht kalt, weil Sie diesen Handwärmer zur Hand haben. In der Jackentasche platziert oder einfach mal unterwegs, einfach in der Hand gehalten, ist das der ideale Begleiter für den Winter. Und zu diesem Preis muss man wirklich sagen, da können Sie sich jetzt mal richtig gut mit ausstatten, weil das genießt doch jeder, keine eiskalten Finger zu haben, wo du ewig kalten brauchst, bis die mal aufgewärmt sind. Also das dauert schon sehr, sehr lange, dann lieber von vornherein gar nicht erst dafür sorgen, dass die Finger überhaupt kalt werden mit diesem Handwerber. So schön kompakt, also ideal zum Mitnehmen. Ich finde es genial, dass der immer wieder aufladbar ist, es ist kein Einwegding, es gibt ja diese Klick-Taschen, die muss man immer wieder aufkochen, das klappt dann meist nicht, wenn die kaputt sind, ist eine Riesensauerei in Ihrer Tasche. Den laden Sie ganz einfach per USB mit einem Netzteil oder Computer wieder auf und das Ganze heute bei uns in dieser Sendung und nur in dieser Sendung für nur 5 Euro bei Pearl.de und im Katalog schon sehr, sehr günstige 10 Euro. Wir haben für Sie ein Sonderkontingent, nur für Sie, nicht für die Katalogkunden, für die Hälfte, für 5 Euro. Ich finde das Wahnsinn. Das ist so schön, ein tolles Schnäppchen, was richtig viel Sinn macht und vor allem, wo du gerade diese Knickdinger angesprochen hast, ich weiß gar nicht, ob du die überhaupt für 5 Euro kriegst und das ist so ein Riesenaufwand, aber hier für 5 Euro haben Sie einen elektrisch betriebenen Handwärmer und Sie sehen jetzt gerade auch, wenn Sie den Blick auf Pearl.de werfen, nicht nur den normalen Preis für die Pearl.de Kunden, sondern Sie sehen auch 2 in 1 Powerbank mit Handwärmer. Das heißt, das ist nur eine von zwei Funktionen. Sie haben vielleicht schon entdeckt, wir haben hier auch einen USB-Slot. Das heißt, Sie können das auch unterwegs, wenn Sie es nicht als Handwärmer nutzen, dann auch als Powerbank nutzen. Aber selbst als Handwärmer, du hast viele Optionen sogar mit hier drin, also wirklich für jedes Bedürfnis genau das richtige Maß. Du kannst wählen zwischen drei verschiedenen Temperaturstufen, 60 Grad, 50 Grad und 40 Grad. Das hast du eben gezeigt. Ist mir perfekt, auch über das Leuchtsignal wird mir das angezeigt. Und dann habe ich hier die Temperatur, die ich genau brauche und kann dann so auch ein bisschen haushalten mit dem, was hier drin steckt an Energie. Da steckt einiges drin. Aber ich würde das immer benutzen, immer anhaben, wenn Sie es zwischendurch dann auch mal leer genutzt haben, sozusagen einfach mit dem Kabel an der Steckdose dann aufladen. Das Kabel ist mit dabei. Das Netzteil, da kommen wir gleich auch noch mal zu. Und dann haben Sie das Paket komplett und das ist so ein Act immer gewesen bei diesen Knickdingern, das in den Topf zu tun, zu erwärmen, um ehrlich zu sein. Ja, genau. Du hast sie einmal benutzt und dann hast es in der Schublade gelassen, weil das so ein Act war. Das hier der ideale Begleiter für diesen Winter und vor allem für die nächsten Winter. Sie sparen so viel. Tun Sie mir den Gefallen. Lassen Sie diese Schnäppchen sich nicht entgehen. Ja, am besten gleich zwei für beide Hände. Zu dem Preis kommt das so schnell nicht wieder. Eine Powerbank allein wäre schon der Hammer für fünf Euro. Aber hier ein Handwärmer mit Powerbank für fünf Euro. Unser Joker-Preis für Sie. Ein unglaublich tolles Angebot. Jeder hat kalte Hände. Das lege ich mich jetzt mal fest. Jeder hat kalte Hände im Winter. Oh, schön angenehm gewärmt. Wir sitzen hier im Schnee. Macht jetzt gar nichts aus. Also ich sage Ihnen nochmal die Bestellnummer. Für diese Powerbank mit Handwärmer haben wir die Bestellnummer ZX 6464 und die 569. Greifen Sie zu. Der Preis ist noch da. Unser Kontingent ist noch da. Jetzt anrufen für nur fünf Euro. Unglaublich. Also ran ans Telefon. So, wie wir aus. Ich gehe gleich dazu in die Und dann ab. Bis zum nächsten Mal.